Heute passiert an der Wall Street zu ziemlich das Gegenteil, was an den ersten vier Handelstagen passiert ist, nämlich der Nasdaq steigt, Big Tech steigt wieder, nachdem Big Tech ja der Verlierer war seit Jahresstart nach der massiven Rallye Ende des letzten Jahres, aber Anfang des Jahres war zunächst mal Value gestiegen, also Value Aktien, während Tech Aktien eher abverkauft wurden, möglicherweise auch steuerlichen Gründen. Schauen wir uns das doch recht ruhige Umfeld im Vorfeld der donnerstäglichen Inflationszahlen an, die dann kommen werden. Wir sehen vor allem eine Nvidia, die zieht, wir sehen eine Apple mal wieder im Plus, die ganzen großen Tech-Werte, insgesamt sehen wir relativ viel fallende Aktien, also es ist nicht so, dass alles steigt heute, sondern es ist so dieses Muster aus 2023 Tech steigt und viele andere Aktien fallen, vor allem Energieaktien fallen, wie wir hier sehen, auf der rechten Seite. Und so bekommen wir das Bild, dass der Nasdaq deutlich steigt, während die anderen Indizes deutlich weniger steigen, vor allem der Dow Jones nicht, der sogar im Minus ist leicht, 140 Punkte, alleine kostet Boeing, denen ja mal soeben eine Tür aus dem Flugzeug geflogen ist, das passiert halt einmal, meine Damen und Herren, wenn ich Auto fahre, fliegt mir auch ständig die Tür weg und da legt sich ja auch keiner drüber auf. Also, das ist das Bild an den Märkten. Wird es reichen, jetzt diese fünf ersten Handelstage-Regeln außer Kraft zu setzen oder dass diese fünf Handelstage nicht negativ werden? Der S&P 500 war 1,6% im Minus. Der müsste also noch ein Prozentchen zulegen, um und bei, damit die ersten fünf Handelstage dann in der Summe noch positiv werden. Und es gibt eine Korrelation bisher historisch gesehen in Präsidentschaftswahljahren von 83%. So die ersten fünf Handelstage, so die Tendenz für das Gesamtjahr. Aber zurück mal zum heutigen Tag. Nvidia ist wieder mal ganz, ganz toll. Man will Computerchips einbauen in Personalcomputer. Also dann kann ich praktisch noch besser irgendwie ChatGPT nutzen. Wo ist da der Unterschied? Aber sei es drum. Jedenfalls hat man hier gesagt, man will eben diese Chips jetzt verbreitern ein Stück weit oder das Anwendungsgebiet verbreitern. Auf der anderen Seite negative Nachricht für Nvidia eigentlich, dass die Chinesen sagen, eure abgespeckten Chips, die ihr aufgrund der Beschränkungen der beiden Regierungen nach China liefern wollt, die interessieren uns nicht mehr. Das können wir auch. Ob das dann in der Summe positiv ist für Nvidia, wird man sehen. Apple auch nach dem schwachen Auftakt in das Jahr heute negativ, weil man das Vision Pro rausbringen wird. Ich bin sicher, das wird das totale Mega-Selling-Produkt überhaupt. Fünfmal das Volumen vom iPhone. Glauben Sie echt, dass hier diese Taucherbrille so wirklich sexy ist? Ja, das ist schon irgendwie interessant, ist aber aus meiner Sicht nicht wirklich ein absolutes Massenprodukt. Die Verkäufe Apples nach China um 30% gefallen im Vergleich zu dem Vorjahreszeitraum, wie Daten von Jeffries zeigen. Huawei hingegen mit seinem Mate 60 ist sehr, sehr erfolgreich. Aber diese Drehung von Apple kommt nicht von ungefähr. Wir waren überverkauft im kurzen Zeitfenster, haben jetzt an der 200-Tages-Linie gedreht. Also manche Dinge gehen mit Ansage. Nachdem vor allem Hedgefunds hier stark verkauft haben, zu Anfang des Jahres Tech-Werte verkauft haben, wahrscheinlich aus steuerlichen Gründen. Für viele ist es besser, Anfang Januar zu verkaufen, als eben noch Ende Dezember. Aber diese CTAs, diese Commodity Trading Advisor, die sind in einer Situation, wo sie tendenziell auch in der nächsten Zeit verkaufen werden, trotz der heutigen Rally. Und die Positionierung ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Also das Potenzial, dass die hier raus müssen, ist durchaus gegeben. Anderes Thema, neue Schulden in den USA. Es sieht so aus, dass hier ein Deal erreicht würde. Über 1,59 Billionen neue Schulden. Das ist großartig. Man hat ja nur 34 Billionen davon. Also alles gut, die Dinge sind noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Aber es dürfte wohl so kommen. Jetzt hat man praktisch so um und bei alle 100 Tage mal eben eine Billion an Schulden hinzugefügt. Wie wird das Ganze ausgehen, fragt hier Wall Street Silver. Naja, also entweder gibt man weniger Geld aus, sehr unwahrscheinlich. Oder man erhöht die Steuern in einem Wahljahr praktisch ausgeschlossen. Oder die Fed muss eben diese Schulden monetarisierend kaufen. Das wäre dann Quantitative Easing mal wieder. Und hier sehen wir, dass schon erste Bestrebungen ja seitens der Fed erkennbar sind. In Gestalt hier von Dallas-Fed-Chefin Lori Logan, die gesagt hat, naja, also mit dem Quantitative Tightening, also der Bilanzreduzierung, da müssen wir jetzt mal ein bisschen langsamer machen. Gleichzeitig warnt sie davor, dass die Inflation nicht wirklich runtergeht, wenn die Financial Conditions, die Finanzkonditionen so locker bleiben. Wir haben heute Daten der New Yorker Fed, die zeigen, dass die Inflationserwartungen der Amerikaner deutlich nach unten gegangen sind. Jetzt auf dem tiefsten Stand seit drei Jahren ist das eine Kontraindikation. Wir werden sehen, denn es gibt ein paar Faktoren, die durchaus dafür sprechen, dass wir eine bald wieder deutlich steigende Inflation sehen. Aber eins ist auch klar, im März ist ein wichtiger Punkt erreicht. Erstens dürften diese Reserve Reverse Repo-Aktionen, mit denen die Fed de facto Liquidität wieder ins System führt, enden, weil einfach das Volumen dann auf Null gefallen ist. Dann das Bank Term Funding Program, BTFB, dürfte enden. Vielleicht wird die Fed die Zinsen senken und sie wird vielleicht das Quantitative Tightening, also die Bilanzreduzierung beenden. Das werden spannende Zeiten, wie diese Dinge sich hier ausgehen werden. Denn wir werden jetzt wahrscheinlich bald schon erste Folgen dieser ganzen Geschichte im Roten Meer sehen. Die Retailers could suffer a perfect storm. Nicht nur wegen dem Roten Meer, wo ja kaum mehr Schiffe fahren oder Containerschiffe fahren, sondern auch der Panama-Kanal kann ja sozusagen nicht das normale Volumen wegen zu niedrigem Wasserstand letztendlich verarbeiten. Heute zwischenzeitlich mal die Meldung, dass die Reedereien einen Deal mit den Houthis gemacht hätten. Also Maersk und Co., die dann mit den Houthis sagen, ja, okay, wir zahlen euch Kohle und ihr lasst uns in Frieden. Das wurde von den Schiffsfirmen negiert. Erst die Aktien dieser Unternehmen, also von Maersk und Co. runter, dann wieder rauf. Aber eins ist klar, in China ist bald Neujahrsfest. Das wird am 10. Februar beginnen. Und jetzt ist so die Hochzeit, wo nochmal die Produktion auf Hochtouren läuft, um dann Richtung Europa und USA verschickt zu werden. Und wenn das nicht über das Rote Meer geht, dann herrscht langsam Panik. Und wir sehen hier die Containerraten, die explodieren geradezu. Und das wird sich dann in steigenden Preisen für Firmen und Konsumenten niederschlagen. Anders als beim Ölpreis. Da sehen wir, dass der Ölpreis fehlt, weil die Saudis die Ölpreise senken müssen. Aufgrund der schwacher physischer Nachfrage für Kunden in Asien. Auf der anderen Seite sehen wir, der Ölpreis WCI jetzt so bei 70 Dollar ein paar zerquetschten, die Saudis bräuchten. Naja, um und bei 100 Dollar, damit sie überhaupt profitabel arbeiten können. Damit sie ihre massiven Ausgaben, die sie ja haben, Sozialausgaben etc., damit sie das finanzieren können. Und nochmal ein Blick nach China. Chinas Aktien ja auf dem tiefsten Stand jetzt seit fünf Jahren. Jetzt hat die Notenbank gesagt, ja, wir werden wahrscheinlich die Einlageanforderungen senken. Also das senken, was die Banken hinterlegen müssen, wenn sie Kredite vergeben. Das soll praktisch die Kreditvergabe dann deutlich stimulieren. Mal sehen, ob das gelingt. Und hier, das ist der Krisenherd, den Sie im Titel gesehen haben. Das ist wieder mal der Nahe Osten. Denn hier hat heute Israel einen Top-Kommandeur der Hezbollah, Wassam al-Tawil, getötet mit gezielter Attacke. Und dieser Mann war im Südlibanon. Und dieser Mann ist der Schwager von Hezbollah-Chef Nasrallah. Also das wird jetzt eine ganz heiße Kiste. Denn hier hat die Hezbollah gesagt, heute Abend wird Tel Aviv brennen. Und in der Tat, man hat schon Tel Aviv jetzt bombardiert, teilweise. Mal sehen, oder hat schon erste Bombardements gemacht, Stand jetzt. Israel weiß angeblich auch, wo der Hamas-Chef Sinwar sich versteckte, der allerdings offenkundig von Geiseln oder Geiseln als Schutzschilde benutzt. Also da ist das Potenzial, dass die ganze Geschichte sich weiter aufspult, dass das ein immerwährender Konfliktet ist, der sich immer mehr ausbreitet. Erst Hutis, jetzt ist Polar immer stärker. Und eine traurige Nachricht, der Franz ist tot. Der letzte deutsche Kaiser ist von uns gegangen. Franz, es war mir eine Ehre, ein Zeitgenosse von dir zu sein. Er stammte wie ich aus Minger, er allerdings aus Giesing. Ich bin aus dem Münchner Westen. Aber der Franz war großartig. Was der geleistet hat, wurde dann in Deutschland wieder durch die Mangel gedreht, weil natürlich diese WM 2.6 in Deutschland gekauft war. Was ist bei der FIFA nicht gekauft, muss man da fragen. Und dann hat man den Mann ziemlich fertig gemacht. Ziemlich typisch deutsch, muss man sagen. Wenn wir bei Deutschland sind, dann könnte in Berlin bald in einigen Supermärkten ein Problem bestehen. Nicht nur jetzt aufgrund dieser Blockaden, sondern weil auch Logistikstandorte lahmgelegt werden im Süden von Berlin. Und diese ganze Geschichte in Kombination mit dem Roten Meer, Houthis etc., die könnte wirklich sich noch ganz schön aufspulen. Das hat Galeria Kaufhof weitgehend schon hinter sich. Die werden morgen wieder einmal Insolvenz anmelden, sehr wahrscheinlich. Die dritte Insolvenz, die haben praktisch ein Abo auf Insolvenzen, könnte man sagen. Also eine never ending story. Und die Bundesregierung hat jetzt zunächst mal den demonstrierenden Bauern gesagt, nee, also wir werden hier keine Kompromisse machen. Habeck hat dann eine Rede gehalten. Alle Schuld nur er nicht, nur die Regierung nicht. Das ist nicht wirklich befriedigend für diejenigen, die da auf der Straße sind. Da bin ich mal gespannt, wie diese ganze Geschichte weitergeht. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, zum Abschluss US-Unternehmen. Es rollt eine Pleitewelle, so ein bisschen unter der Wahrnehmungsschwelle. Gerade bei mittel- bis kleineren, mittelgroßen bis kleineren Firmen in den USA aufgrund gestiegener Zinsen, die sich jetzt durch System fressen. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, das ist die Tatsache, dass Russland sehr genau beobachtet, wie das Wetter hier ist. Denn wenn es jetzt länger so kalt bleiben würde, dann hätten wir schon bald ein echtes Problem. Die Gaslager sind zwar gefüllt, aber eisige Temperaturen sorgen für eine sehr schnelle Entleerung. Das also die zweite Empfehlung. Wie denkt Russland darüber? Was haben die eigentlich vor? Und ich empfehle mich jetzt für den heutigen Abend und sage Servus. Ciao.